Hallo ihr Lieben, heute nutzen wir unser letztes Rezept, nämlich das Essig-Öldressing, um unseren Juwelensalat zu vervollständigen. Heute soll es aber um den Juwelensalat selber gehen und der Name ist mir mal entsprungen, weil ich das so schön finde, weil da so viele verschiedene Farben, also so viele verschiedene Juwelen im Salat sind. Die Zutaten, die ihr benötigt, findet ihr wie immer unten in der Infobox bzw. hier bei den Shorts sollen das drei Punkte oben rechts sein. Als erstes schneidet ihr die Zwiebel klein, dafür kleiner Tipp, lasst das Ende auf einer Seite dran, dann könnt ihr sie leichter schneiden. Als nächstes schneidet ihr den Feta ebenfalls in kleine Würfel, spült die Kidney Boom sauber ab, gebt sie zum Salat dazu und auch den Thunfisch. Schneidet dann die Gurke ebenfalls in kleine Würfel, gebt das Dressing dazu, vermischt alles miteinander. Et voilà, ihr könnt servieren, es sieht super lecker aus, ich hoffe es schmeckt euch. Bon Appetit!